Und ein herzliches Willkommen zurück. Hey! Ähm, ja, bei Shadow of the Tomb Raider. Auf tödliche Obsession mit mir von Neuer Gameplay als Hobby. Wir sind hier bei einem Chuchu-Baum oder sowas unter der Erde als Herausforderungsgrab. Und müssen das hier überleben und durchkommen. Wie man hört, sind wir nicht allein. Scheiße! Upgebasst. Wie wird der Holländer jetzt sagen? Niederländer, wie auch immer. Hier unten sind Soldaten? Von Trinity? Oh, das Wandgemälde. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was haben wir hier stehen? 26 von 53 Sachen haben wir jetzt schon mal. Da ist schon eine Weltachse. Von ihren Wurzeln in der Unterwelt, in der Fledermäuse hausen, wächst sie unaufhörlich empor. Ihr Stamm schützt das Reich der Menschen und ihre Zweige breiten sich über den nächtlichen Himmel aus. Wir haben jetzt noch zwei Relikte zu finden. Einer irgendwie links von mir, wahrscheinlich da oben oder sowas. Keine Ahnung. Das klingt ja mal so, als kommen hier irgendwo diese Viecher an. Diese Yaksils. Habt ihr was dabei? Nö. Da haben wir schon mal ein Relikt. Ein Abbild. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Das kennen wir schon. Da gibt's bestimmt gewisse Unterschiede von den vier oder drei, die wir bis jetzt gefunden haben, aber... Ich hab da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet gehabt. Fuck you. 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 Okay, da müssen wir wohl rüber. Huhu. Huhu. Wie viele da sind so schlimm, ey. So, sonst ist hier wohl nichts. Und wo ist das? Wo ist das? warum sind ja schon ausgeraubt oder haben die generell nichts weiß ich was ich eins sammeln kann das scheint ja wohl eher zu sein soll ich da jetzt erstmal irgendwie rüber scheiße ich weiß nicht mehr was ich machen muss ok ich muss erst darüber so habe ich ja gerade aufgeführt stimmt lasst mich alle in ruhe es ist nicht mehr weit ich muss nur darauf darauf ok munition sehr schön ich mache wohl irgendwie komischerweise lautlos kills voll unmöglich ich kann nicht mehr tragen irgendwie rechts von mir ich sehe aber nichts ich sehe aber nichts na wo ist das Relikt hinter mir rechts so gesehen aber da oben kann man auch noch hin oder was ok wo ist dafür wohl da hoch aua aua ok imma fuck you na da haben wir doch das Relikt wer sagt's denn alles voll ich kann nicht mehr tragen was haben wir hier ein abbild schon wieder es scheint eine art primitive skulptur eines menschen zu sein der entwickler ist wohl nichts mehr eingefallen was sie hätten einbauen können alles voll ich kann nicht mehr tragen also warum die 50 mal der sale so mehr haben wir hier nicht mehr ne nein 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 kein So, ich soll ja irgendwie hier hoch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh, Scheiße! 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 So, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Hier oben lebt der Baum auf jeden Fall. Hier ist er schön grün. Okay. 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 Hoch geht's schon mal nicht. Okay. 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 Oh, guck dich nur beim Klettern, ja? Einige Tote. Sogar in der Erde. Tageslicht. Wie nett. Hey, da sind wir wieder. Erstmal speichern. Neue Fähigkeit verfügbar. Was denn? Ach, da unten. Genau. Sehr schön, das freut mich. Wir haben mittlerweile 30 von 53 Sachen gefunden hier in dem Spiel. Die sind, ehrlich gesagt, sehr gut dabei. Wo geht's denn hier hoch? Ah ja, okay. Wo ist die Türme noch? Atme erstmal tief durch, Lerber. Halt. Bei meiner Freundin, die Playstation. Man konnte hier nichts sehen, außer dem Baum mit Wurzeln. Die Playstation war zu langsam vom Laden der Welt her. Recht heftig. So, wir sind bei 18 Minuten. Ich höre jetzt mal auf. Wobei. Ich muss gerade mal gucken. Ne, wir haben vier von vier Lager. Ja, wir hören jetzt mal auf. Und ich musste mich noch einkaufen gehen. Wir haben jetzt Viertel nach vier. Meine Haare sind mittlerweile trocken. Gut, für euch sind mehrere Targets vergangen. Für mich nur ein paar Stunden. Auf jeden Fall. Ja. Speichern wir hier draußen noch einmal. Und das war's mit Channel of the Tomb Raider. Mit mir von Lerber Gameplay. Das hat's Hobby. Auf tödliche Obsession. In Mission von San Juan. Als was Neues eingefallen, was ich sagen könnte. Okay. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr wisst ja, wie ihr es mir zeigen könnt. Und auf Unterstützung bin ich immer froh. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Beziehungsweise auch bei anderen Let's Plays von mir. Viel Spaß noch auf YouTube und auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.